Ja, es ist halt ein kontroverses Thema. Kinderficken fühlt sich schon ganz gut an, aber die leiden darunter. Lockdown, aber GameStop, das ist halt auch heftig. Ich habe mir die Aktie vor wenigen Minuten nochmal angesehen und die ist ja tatsächlich gar nicht mal so krass gefallen, wie ich dachte. Die ist immer noch massiv aufgepumpt. Ja, weil GameStop den Wind auch genutzt hat und irgendwie so ein bisschen umgesettelt ist, auch online. Das hätten die erst damals mal bei Quelle gemacht. Oder bei Schlecker. Ja, online Schlecker. Da gibt es auch diesen Clip, wo dieser alte irgendwie so tonnenweise Klopapier da kauft, mir dieser alte Mann seine Frau ganze Zeit reinschickt. Ja, Schlecker, Schlecker, Kinderficker. Da sind wir direkt beim Thema. Welches Thema denn? Ghislaine Maxwell wurde verurteilt. Ich habe davon gehört, das ist so ein richtiges Robin-Thema. Ja, ist richtig. Hallo, liebe Leute, willkommen beim Brennpunkt Internet ausnahmsweise mal am Montag über Discord mit Herodes. Heute ist Sonntag. Heute ist Sonntag, aber ihr hört es erst am Montag. Das ist das Spezial des neuen Jahres, dass wir die erste Ausgabe im neuen Jahr am Montag machen. Und hier sind Herodes und ich. Und Robin. Ich habe mal nachgeforscht. Ich habe kürzlich geguckt. Den Tinko, der lebt noch. Ja? Und ich, sowas mir halt, das habe ich eben auch gesagt, also es ist kein Läster. Und ich habe ihnen in die Augen geschaut und habe gesagt, Tinko, du hast richtig schöne Augen. Das kann an deinem Urlaub liegen. Komm bitte nicht zurück zum Brennpunkt Internet. Das habe ich nicht gesagt, das habe ich nur gedacht. Da war ich tatsächlich dabei. Kann ich bezeugen an dieser Stelle. Ja. Ja. Quelle, wir. Ja. Also es kann gut sein, dass beim nächsten Mal der Tinko wieder zu hören ist. Ja. Ja, hören. Weil der hatte jetzt wieder schöne Augen. Und dann kann Herodes auch endlich mal wieder Brennpunkt hören. Ja, Brennpunkt. Ich höre den auch. Ich höre den trotzdem. Weißt du? Ich bin so ein Narzisst. Und dann nirst dabei. Der seine eigene Stimme immer gerne hört. Ja. Und deshalb seit fünf Jahren keine Songs mehr aufgenommen hat. Yes. Geil. Also wir machen so ein bisschen, was ist die letzte Woche passiert, aber auch, was ist denn 2021? 2021 alles passiert. Und vor allem, was ist die vorletzte Woche passiert? Das stimmt. Und da gab es einiges. Wir haben ja nämlich so ein Google Trends 2021 vorliegen. Da pflegen wir uns gleich mal ein. Aber da ich gerade hier schon erwähnt habe, dass Ghislaine Maxwell found guilty wurde. Wollen wir da ganz kurz mal drüber reden, würde ich sagen. Also die hat ja die Kinder herangeschafft, damit die dann die Füße von dem Matt Groening massieren. War das so? Matt Groening auch, ja. Und Epstein. Dann bin ich im Bilde. Sie war so die Frau vom, aber nicht wirklich die Frau, glaube ich, oder geschieden, die Lebensgefährtin vom Epstein. Ja. Das ist der, der sich da so wohl in der Suizid-Watch-Zelle aus Versehen erhangen hat, was ja eigentlich gar nicht gehen sollte. Und die wurde jetzt guilty gefoundet. Ja. Und zwar, äh, Count 1 hieß es an vielen Stellen. Also Count heißt quasi, ähm, also ersten, zweiten, dritten Gratis oder so. Das ist wie unser Verwandtschaftsverhältnis, was so ein bisschen komisch ist. Weil sie hat ja die, die minderjährigen Figuren nur rangeholt, aber nicht selber vergewaltigt. Ja, aber, komm, wenn man bei, also, Entschuldigung, da könnte ich jetzt diverse Holocaust-Vergleiche bringen. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Also Leute in der Kammer zu sperren, ist nicht so schlimm und auf den Knopf zu drücken, wo Gas draufsteht, ist auch nicht schlimm. Aber wer hat ihn jetzt nicht verliebt, ne? Das Gas war eigentlich, ne? Der eigentliche Mörder war das Gas. Ja, ich mein nur, ich mein nur, also, kann man natürlich immer so ein bisschen so drehen. Ja, ja. Also es gibt hier so ein Maximum... Aber Count 1 heißt nicht direkt schuldig, oder was? Ich glaube, Count 1 ist das ersten Gratis, so wie ich das verstanden habe. Ah, also ist das gut? Ja. Für uns? Als Leute, die Pädophilie nicht so finden? Ja. Okay, gut. Also für die, die keine Fans von Pädophilie sind, ist das gut? Aber ich sehe schon, da bilden sich in den Kommentaren schon wieder zwei Lager. Ja, das ist halt ein kontroverses Thema. Kinder ficken, ja, fühlt sich schon ganz gut an, aber die leiden darunter, mhm. So, nee, also es gibt halt verschiedene Anklagepunkte. Conspiracy to transport, enticing a minor to travel, bla bla bla. Transporting, commit sex trafficking, so verschiedene Anklagepunkte. Und das ist aufaddiert irgendwie, warte hier, 5 plus 5 plus 5, 15, 25, 30, 70 insgesamt. Aber das ist halt das Maximum. Irgendwie ist noch nicht so ganz klar, was sie tatsächlich kriegt. Und der große Skandal dabei ist eigentlich, dass sie halt einfach jetzt ins Gefängnis gesteckt wird und dann ist die Sache gegessen. Eigentlich müsste man ja sagen, hey, okay, pass mal auf, du kriegst hier mal 10 Jahre runtergeschabt, wenn du uns sagst, wer da noch alles mit drin hängt. Aber das passiert halt nicht. Und das ist der eigentliche Skandal daran. Ich dachte, der eigentliche Skandal ist, dass die einfach so ins Gefängnis geht und sich nicht immer erhängt. Ach so, ja, das auch. Aber das ist ja genau das Gleiche wie bei diesen ganzen Spiegel-TV-Dokus von diesen ganzen Leuten, die da irgendwelche Goldmünzen klauen, dann für drei Jahre in den Knast gehen und wieder rauskommen, ohne jemals gesagt zu haben, wer die tatsächlich hat. Ja. Ja. Naja, recht. Rechtssystem. Alles gut. Naja, die wird auf jeden Fall ihre Lektion lernen nach, was waren sie 70 Jahre? Ne, was war nur 70 Jahre? Die ist halt schon 60. Also, die wird wahrscheinlich ihr Leben... Die wird mit 130 dann ein Buch schreiben. Ja. Ich kam, sah und ja, was sie dann machte, kann sich jeder denken. Punkt drei wird euch alle schockieren. Ja, geil. Also, die Woche war dünn, aber ich habe auf jeden Fall das Event, ich weiß ja nicht, was du zu Silvester gemacht hast, ja. Aber ich habe das Beste gemacht, was ihr ein Mensch zu Silvester gemacht hat. Darf ich raten? Du kommst nicht drauf. Du hast den Film Don't Look Up geschaut? Ne, den habe ich schon weit vorher geschaut. So ein Scheiß. Der war am ersten Tag, als der auf Netflix war. Hast du den angeguckt oder was? Ja, habe ich Silvester tatsächlich angeguckt. Geil. Geil. Da ist Leo dabei. Hättest du mir mal was gesagt, du Assi? Ja, da ist Leo dabei. Ah, Leo. Wir haben gestern Mystery-Movie gemacht. Warte, ich möchte weiter raten. Du hast Mystery? Ne, also gestern haben wir Mystery-Movie geguckt. Das war Blood Diamond, wo plötzlich auch der Leo auftauchte. Schön. So. Aber was hast du zu Silvester gemacht? Du hast nicht geböllert, weil es verboten ist. Wir haben gemacht Ballern statt Böllern. Wir waren in der Atrium-Garage und waren Skaten, aber darum ging es mir gerade gar nicht. Also es ging nicht direkt um zwölf Uhr, sondern dann so frühmorgens um sechs. Oh, nachdem Neujahr war, habe ich Stromberg geschaut. Das lief auf Comedy Central. Ich war in einem Ort, wo es einen Fernsehanschluss gab. Ganz wilde Sache. Nice. Ja, ich habe mich ähnlich mit Entertainment berieseln lassen. Ich habe nämlich in Roblox ein Paris Hilton-Konzert geguckt. Hast du echt? Habe ich echt. Das war ganz große Scheiße. Hast du dich mal dieses Diagramm gemacht von Möglichkeiten, die ein Mensch zu jedem Zeitpunkt hat? Ja. Und du hast genutzt, ich gucke auf Roblox ein Paris Hilton-Konzert. Ja. Also das Ding war, ich hatte halt hier den einzig zugänglichen PC und Mad-Eye und Rosi wollten da unbedingt mal reinschauen. Und das steht halt neben meinem Bett. Und dann dachte ich, na gut, guckst du es dir mal an. Und sie hat da noch in ihrer Instagram-Story hochgeladen, dass sie wirklich da rumspielt. Sie läuft halt mit diesem Standard-Bild rum. Also wie Minecraft-Steve läuft sie da rum. Das ist erst mal schon ein bisschen witzig. Und dann steht sie halt mit einem eigenen Icon, wo ich bis heute nicht glaube, dass sie das wirklich selber war. Steht sie einfach auf der Bühne und der Avatar hebt die Arme und bewegt sich nicht weiter. Und dann wird halt Musik abgespielt, weil sie macht ja nicht selber Musik, sie ist ja nur DJ. Und jetzt kommt aber der Clou der Sache. In Roblox ist ja immer so Ambiente-Musik. Und diese beiden Tonspuren lagen einfach übereinander. Das war einfach nur groß. Das war richtig, richtig gut. Ja, wo sind wir hingekommen, ne? Also gut, wir wissen alle, dass Konzerte zurzeit ein bisschen anders ablaufen als gewohnt. Da muss man auch dazu sagen, weil ich habe auch so gesagt, never ever ist sie das da wirklich. Weil die würde ja auch ihr eigenes Silvester dadurch in den Sand setzen. Aber nein, sie ist gerade in den Flitterwochen am Arsch der Welt irgendwo auf Bali oder so. Und dann macht sie das natürlich so am Nachmittag um sechs mal locker weg, weißt du? Da ist sie ja noch gar nicht Silvester. Aber hat die extra, ja genau, welches 12 Uhr hatten die eigentlich genommen? So ein europäisches 12 Uhr? Ich glaube New York, 12 Uhr. Aha, okay. East Coast. Das war ja dann, glaube ich, danach erst, oder? Ja, stimmt, um sechs hast du gesagt. Ja. Ja, macht Sinn. Ganz entspannt. Ja, du hättest doch einfach, was auch schlau gewesen wäre, du hättest dich einfach hingelegt und gepennt. Wie ein ordentlicher Paris Hilton Roblox. Robin, du warst mal nicht so. Es ist jetzt 2020. Das Motto ist spent. Die Zeit wird gut investiert. Ja, in erster Linie ist es nicht 2020, aber es gibt man noch. 2022, das war doch der Witz. Dass das jetzt auch 2020 ist, was Corona betrifft. Ah, es war ein Witz, ja. Ja, genau. Ja, das war auf jeden Fall so die News der Woche, würde ich sagen. Paris Hilton Konzert, richtig gut. Ja. Meine Einstiegsfrage, natürlich sind wir jetzt schon zehn Minuten drauf, wäre gewesen, wie hast du das Böllerverbot erlebt? Äh, ja, wurde viel geböllert. Gut, das habe ich mir auch so gedacht. In meinem ehren Umfeld nicht, aber überall in der Stadt. Und dann habe ich noch so ein Video von MCM gesehen, der ist ja jetzt wieder auf Facebook, nachdem er sich vorgestern umgebracht hat. Und, ähm, hat da mit so einer Pistole rumgeschossen. Ich weiß nicht, wie legal das ist, mit so Platzpatronen. Schreckschussdorf oder was? Ja, weiß ich nicht. Das war halt so ein bisschen klein. Und wie MCM natürlich ist, genau das, was du dir vorstellst, was passieren könnte, passiert auch. Er hat das Ding in der Hand und aus Spaß zielt er auf den Kameramann. Ja. Was ich jetzt gedacht hätte, wäre, das Ding schießt nicht und er guckt so in den Lauf rein. Wo kommt denn da jetzt was? Ja, gut, ja, okay. Aber gut, das ist das Zweitlogischste. Und, der arme Kameramann, oder? Nee, es ist alles gut gegangen. Okay. Aber wir können ja sicherlich, weil es ja auch Internet, wir können ja derzeitige MCM-Tragödie mal ganz kurz aufrollen, oder nicht? Uff, Alter, das ist aber schon ein bisschen Gossip. Ja, aber es ist auf YouTube. Ja, ist richtig. Also, er hat halt geweint. Kurz zusammengefasst ist, es geht ihm nicht gut, dann reißt er sich zusammen, dann geht es ihm aber doch wieder nicht gut und dann meldet er sich wieder auf Facebook an. Also, er ist zu seiner Freundin nach Hause gegangen, an einen Ort, wo er ziemlich sicher war, dass sie da wohnt. Was ich schon mal markant finde, dass man sich nur ziemlich sicher ist, wo die Freundin wohnt, die man seit sieben Jahren hat. Ja, ja. Und nicht sehr sicher, oder man weiß es. Ja. Ja, da war die da nicht und ja, jetzt ist es ... Ja. Ja, ich hoffe einfach, dass Miri nicht drunter leidet, das ist das Einzige, Hauptsache, der geht es gut. Das stimmt, Hauptsache Alessio geht es gut. Betty White geht es übrigens nicht gut, die ist tot. Vielleicht geht es ihr auch gut. Vielleicht geht es ihr jetzt besser, sie ist davon geschieden. Ich habe gegoogelt, die war eine Schauspielerin von irgendwas mit Golden Angels oder so. Golden Shower. Golden Shower, genau. Guter Film, guter Film. Gucke ich gerne. Google das. Hä, was kommt denn da? Na hier, wie heißt das? Pippi Spaß, was hast du da? Jetzt wird gepullert. Ja, ich entsinne mich. Ich habe das Bild noch irgendwo. Aber kommen wir zu etwas, wie sagt man, Brüderin-Themen. Die Neujahrsansprache. Alter, überhaupt nichts mitbekommen. Von wem denn jetzt? Karl? Karl ist doch jetzt unser neuer Boss, oder? Naja, von diesem, ach na, von diesem mit der Klatze, der schon die ganze Zeit irgendwie so rumäumelt. Der jetzt unser Kanzler ist hier. Ach so, okay. Und was hat der so gesagt? Naja, dass Covid irgendwie nicht so gut ist und dass Europa voll wichtig ist und dass wir jetzt G7 sind und Klimawandel ist auch irgendwie ganz wichtig. Was ist G7? Genesen, gesundet, geimpft, gechippt, stehlich. Ja, stimmt eigentlich. Ist eigentlich witzig. Ich habe gar nicht mehr nachgedacht. Naja, es gibt halt so viele Gs. Es gibt ja dann auch noch das mit diesen Strahlung und diesen Masten da, weißt du? Ja, das ist 5G. Das ist doch schwierig. Aber den Witz haben schon viele Leute gemacht. Du bist nicht witzig. Okay, gut. Nehme ich zurück. Nee, also vielleicht nehmen wir uns für 2022 mal vor, dass wir mal die Schnauze halten jedes Mal, wenn Corona aufkommt. Ich war bei irgendeiner Oma, die du kennst. Und so aus schlechtem Gewissen raus hat man mal geklingelt. Und dann kann man es natürlich nicht umschiffen, direkt an Neujahr auch wieder über diese Scheiße zu reden. Naja, egal. Ach, ich mache da echt Durchzug und sage Ja und Ahm, wenn mir jemand erzählt, hier Impfungen wirken nicht bla. Wenn ich hinter der Person noch ein bisschen Substanz wittere, dann sage ich ja, es gibt noch die und die Betrachtungsweise. Aber wenn nicht, dann sage ich hm und gut ist und vielleicht wechsle ich doch auch das Thema. Zum Beispiel, es gibt eine gute News, auch schon zu letzter Woche. Wir wollen ja nicht immer nur über schlechte Sachen reden. Weißt du's? Nee. Die gute Nachricht? Was denn? Miguel Pablo hat seine Katze nicht getötet. Ach so, ja, stimmt. Die gute Nachricht, er ist doch nur ein Hurensohn und nicht ein Super-Hurensohn. Naja, weiß ich nicht, wo da die Grenzen sind. Aber zumindest, ich glaube, das finden Leute auch nicht witzig. Also da ging ja dann auch wirklich dieses, ich finde raus, wo du wohnst und füge dir Schaden hinzu los. Bei so Tierquälerei. Und zumindest habe ich davon schon mal gehört. Aber so ist es nur, hey, ich möchte noch ein bisschen Weihnachtsgeld, weil die Ads sind besonders teuer. Schaut meine Videos und schreibt schlechte Kommentare. Ja. Und kriegt auch die Ads. Ja gut, zum Glück haben wir diese News ja so direkt gecallt, aber es ist trotzdem schon alles ziemlich dumm. Ja, ich habe mir auch nichts davon angeguckt. Ich habe, das reicht ja, wenn die Fans das im Brennpunkt hören und dann nicht auf den Kanal gehen. So, da haben wir eigentlich dafür gesorgt, dass die Leute jetzt wieder nicht auf seinen Kanal gehen müssen und haben die Welt ein bisschen verbessert. Ja, das war ja immer der Ansatz, auch bei so Schock-Videos hier so, außer, also hier Churchill, nee, nicht Churchill, Christchurch. Dieser Churchill damals, guckte ich ja nicht die Videos an, dass man die Videos beschreibt, dass man den dann nicht gucken muss. Wobei, das Halle-Video ist schon ziemlich witzig. Naja, also das würde ich so nicht unbedingt sagen, aber ja, also der Typ, der ist halt im besten Fall auch einfach ein abschreckendes Beispiel, weißt du? Willst du hier cooler Asi-Macho sein und dann fuckst du alles ab, weil du halt eben doch nicht so cool bist, wie du dich immer siehst. Und dann gehst du halt als der größte Trottel aller Zeiten in die Geschichte ein, nicht als irgendein krasser Märtyrer-Spacko. Ja, es wäre deutlich witziger, wenn nicht zwei Leute gestorben wären, das habe ich aber schon vor zwei Jahren, glaube ich, erläutert, als ich zusammengefasst habe, was das witzigste Video 2019 ist. Aber, übrigens, Jules, halt dein Aufwaschwasser fest, YouTuber, die wir nicht gucken und deren Content wir trotzdem vorgesetzt bekommen können, was fällt dir da noch ein? Uff, also das war früher tatsächlich ganz viel her Tutorial, aber jetzt? Ich habe im vergangenen Jahr so viel Leon-Machère-Content geguckt und ich war nicht einmal auf seinem Channel. Ach so, ja, durch Mimi. Und jetzt ist die Saga endlich zu einem Abschluss gekommen, das Payback-Finale kam, glaube ich, am 30.12. online und somit ist eine Ära beendet. Jetzt ist Mimi arbeitslos. Und Leon ist endgültig runtergebuddelt. Nö, ist er nicht, der macht irgendwas Neues mit Sicherheit. Und ich habe gar nicht mehr damit gerechnet, aber Nosferratis wurde nochmal erwähnt. Moment, ja, Mimi ist einer der zwei Leute auf diesem Planeten, die es richtig aussprechen. Er hat es richtig ausgesprochen. Aber du bist in einem Mimi-Video drin. Wie hast du darauf reagiert? Erzähl mal. Boah, ich habe so gekriecht, ne? Ich bin durch die Bude gerannt, habe mich erst mal von oben bis unten mit Joghurt eingeschmiert und habe dann Schnecke auf dem Balkon gespielt und habe gesagt, den Urschrei der Freude verübt. Ja, genau so. Fenster aufgemacht. Ja, das ist ja eine alte Kamelle, ne? Du warst damals nicht bei dem Konzert-Ding, äh, Konzert-Gericht-Ding mit dabei? Bei dem Gericht war ich nicht, nee. Was hätte ich da auch machen sollen? Ja, keine Ahnung, hätte ja sein können. Irgendwie, weil da Besucher, glaube ich, auch erlaubt waren. Ach so, vielleicht war ich da auch schon wieder nicht da oder so. Das kann sein. Ich weiß nicht, von mir stammt auf der Aufnahme nur der Satz, der hat die gerade voll abgeschoppt, Alter! Stimmt, ja. Und das ist mir dann im Rückblick so ein bisschen unangenehm, weil ich kreitsche rum wie ein kleines Mädchen, anstatt irgendwie mal zu helfen oder so und renne dann auch irgendwie weg oder so. Ich weiß auch nicht, das ist jetzt nicht mein stolzer Moment. Da kanntest du die Dame ehrlich gesagt nicht. Kannte ich die? Ach so, ja, das war auch nicht da. Aber das ist ja halt noch witzig. Ja. Nee, es ging ja nur darum, dass wir da alle vor Gericht saßen mit dem Leon und so. Und dann sollte dieses Video abgespielt werden, wo man die Mütze sieht von dem, der mich in den Rücken tritt. Und wie das halt immer so ist, Polizei und Technik, die haben das halt nicht hinbekommen. Also die haben immer das Video durchlaufen lassen und versucht, genau in der Sekunde auf Pause zu drücken, statt da Frame für Frame durchzugehen. Mhm. So. Und dann haben die das halt übelst oft nicht geschafft, da Pause zu drücken. Das waren halt alles so Momente. Also lief dann das Video von dir häufiger? Ja. Und die im Gericht saß konnten das dann immer wieder gucken? Die mussten dann halt immer so 20 Sekunden zurück und dann hat der so im Anschlag, weißt du, so Finger auf der Taste und in dem Moment, zack, das war halt immer falsch. Das war richtig gut. Ich würde es feiern, wenn die das extra auf VHS gebrannt haben und das extra abspielen. Scheiße, wir werden es zurückspulen. Das war ja schon bei meiner Zeugenaussage vorher direkt bei der Polizei war es ja auch so ein Dilemma, weil die irgendwie nur ein Gerät hatten, wo ein Kartenlesegerät dran war. Das war ja auch schon. Ich hoffe, da sind sie mittlerweile ein bisschen weiter, weil sonst wird das nichts mit Klimakrise. Ich glaube, die Klimakrise, die scheitert oder gewinnt, nicht an Kartenlesegeräten bei der Polizei, oder? Ja, aber das ist doch so ein Sinnbild. Ja. Guck doch mal. Wenn auf dem Amt das alles so ist, dann... Kartenlesegeräte gegen die Erwärmung. Ja. Naja. Die sind hier, die sind laut. Das ist auf jeden Fall das da. So. Punkt. Make My Coffin habe ich diese Woche übrigens entdeckt. Und hast du dir schon einen eigenen Coffin-Design? Nee, aber das ist ja immer dein Lieblings-Meme gewesen mit diesen netten Leuten, die diesen Sarg tragen. Oh ja, das war witzig. Hat allerdings damit nicht so viel zu tun. Oh. Auf Reddit sind eigentlich dieses Hub-Reddits immer so ein bisschen gebannt worden in den letzten Jahren, wo Leute beisterben. Also so Footage, wo Leute sterben. Und dieses Make My Coffin ist unter der Prämisse, dass es quasi educational ist. Unter der Prämisse wieder aufgezogen. Also so ein Ding, wo Leute sterben. Und ich weiß gar nicht, wie ich da drüber gestolpert bin. Und ich bin da echt durch die Top-Posts durchgescrollt und da war echt übler Scheiß dabei. Also kann ich auch Leuten nicht unbedingt empfehlen. Aber ich hab echt... Das hat mit mir richtig was gemacht. Das hat mich irgendwie so... Irgendwie das tägliche Leben noch mehr appreciaten lassen. Zu sehen, wie fragil das irgendwie ist. Also dahingehend fand ich's echt gut. Aber es ist halt half-bory. Sind das so Live-League-eske Gore-Videos? Oder was kann man da... Achso. Genau, aber es sind halt alles so Sachen, die quasi... Also so Arbeitsunfälle. So aus dem Nichts, weißt du. Da arbeitet einer hier an irgendeiner Gießerei. Und auf einmal giegelt der da rein. Und das Ding macht so Stichflamme. Und der brennt und ist tot. Und irgendwie, das gibt dir so den Eindruck von wegen... Also das hat mir jetzt nicht Angst gemacht. Ja, ich will euch auch keine Angst machen. Aber so dieses... Dieses Gefühl von... Ist ja doch recht fragil. Und jeder Tag ist ein Geschenk und so. Ist halt schon irgendwie ein gutes Gefühl. Ja, aber du brauchst ja auch keine Angst da haben. Du arbeitest ja nicht. Ja. Na, vor allem nicht in der chinesischen Gießerei. Also ich glaube, China gibt da nicht so viel Wert auf Sicherheit. Ich glaube, da ist ein Menschenleben weniger wert als... Oh Gott, wir haben hier einen Tag Fuhre-Ausfall. Ja, die haben ja auch eine Menge Menschen. Alter, da ist halt ein Video. Das ist wie in einem fucking Comic gewesen. Also das habe ich mir echt oft angeguckt. Das ist auch nicht gory, aber das ist so skurril. Da sind halt so ganz klischeehaft so zwei Rollen, die so entgegengesetzt sich drehen. Und der eine feste halt auf der Rolle so rum. Um irgendwie dem... Vielleicht... Also der erklärt einem was. Entweder sagt er, hier, mach das nicht. Oder, hm, das fühlt sich so angenehm an. Und auf einmal geht die Hand zwischen die Rollen und er wird instant innerhalb von einer Sekunde wird der komplette Mensch zwischen diese Rollen gezogen. Flupp. Einfach durch. Das merkst du aber dann auch zum Glück nicht. Der war wahrscheinlich instant weg, ja. Ja, aber das ist auch relativ groß wachsendes Subraditor. Ich glaube, das wird auch bald wieder geschlossen. Oh je, Mini. Ich komme damit sehr, sehr schlecht zurecht. Ja. Aber dieses Gefühl kannst du ja eventuell nachvollziehen. So dieses... Weißt du? Theoretisch kannst du ja auch jederzeit über die Straße laufen und wirst du einfach totgefahren, so. Und deswegen ist immer ein Geschenk. Sagt das mal dem 19-jährigen Robin, der die Belvedere Allee auf einen Bus zufährt mit dem Skateboard in der Hoffnung, dass er bremst. Ja, ja. Naja, das Schlimmste war ja dieses in der Kurve beim Bienenmuseum, als ich da bergab gefahren bin. Und neben einem Auto. In dem Moment unten bei der Kurve kam eins von unten entgegen. Und dann musste ich die Arme hochnehmen, damit die an mir vorbeipassen mit ihren Außenspiegeln. Da habe ich mir vorgenommen, so Straßen mit Autos nicht mehr so runterzufahren mit Skateboard. Also du bist in den Gegenverkehr gefahren? Nee, also ich bin den Berg runtergefahren. In dem Moment hat mich ein Auto überholt, aber halt nicht ganz, sodass wir genau nebeneinander waren. Und genau unten in der Kurve kam entgegengesetzt auch ein Auto. Das heißt, genau in der Kurve sind die aneinander vorbei. Ich war dazwischen, sodass diese Außenspiegel sich schon fast berührt haben. Er hat dich das Auto rechts überholt oder was? Ja. Das ist auch nicht so nett. Ja. So, ist auch schon lange her, aber also diesen Berg bin ich nie wieder runtergefahren. Autschi. Ja, so schnell kann es gehen, ne? Ja. Hauptsache irgendjemand hat noch das Passwort von dem YouTube-Kanal. Ja. Irgendwo findet man das bestimmt. Wenn du keine Überleitung hast, habe ich eine. Nee, ja, mach. Apropos Passwort des YouTube-Kanals. Es gab mal einen YouTuber, der hat das verloren oder wurde gehackt. Und der hat vor bis zu zehn Jahren, also bis vor zehn Jahren, reichlich guten Content produziert. Und auf dessen Kanal kamen jetzt vor kurzer Zeit wieder Videos. Aber das war totaler Trash. Behind? Nein, der darauf... Behind. Du hast sie. Aua. Er hat dieses Jahr wiedergefunden und hat so viele Shitposts gemacht. Hä, der macht voll die mühevollen Sachen. Ja, nee. Früher Video-Assays, jetzt nur noch so komische Film-Reviews. Hey, er hat gesagt, dass Dune gut ist, also ist ja auch gut. Ja. Nee, er hat sich so süß bedankt am Jahresende. Hab ich geguckt. Ja, nee, ich wollte deine Überleitung nicht zerstören. Hab ich aber. Also, Kenner wissen, dass es sich um Mario Fan 888 handelt? Ah, na klar. Ist das der mit dem Kirby-Song? Genau, 1, 2 Haferbrei. Geil. Und der hatte seinen Kanal an Hacker verloren. Jetzt wird da komische Trash hochgeladen. Da spielen jetzt irgendwelche, glaube ich, russischsprachigen Leute irgendwelche Spiele mit dem Auto. Und das ist voll seltsam. Und vorher war da irgendwie Dreamgirls. Also, irgendwelche Fotodiershow von irgendwelchen Frauen, die erotisch rumstehen mit Musik. Mhm. Und der hat jetzt auf seinem anderen Kanal die alten Sachen von MarioFan88 reuploadet und auch neue Songs gemacht. Unter anderem einen, wo Mario, wo Dr. Mario gegen Viren ankämpft. Und ich glaube, wenn Corona jetzt nicht besiegt wurde, wie dann? Okay, geil. Ich glaube, Karl Lauterbach hat sich vor diesem Video bereits verneigt. Ja. Ich kann es dir, wenn du möchtest, gerne mal schicken. Es ist nicht in der Beschreibung. Karl Lauterbach ist ja jetzt so ein Shitposter geworden, ne? Der hat ja hier irgendwie auf seinem Insta gepostet. Hier. Macht nicht so harte an Silvester, ich beobachte euch. Der hat das repostet, ja. Das ist witzig. Na, ich glaube, auf Twitter hat er es retweetet. Und dann, glaube ich, ja, dann hat er es auf seinem Instagram selber hochgeladen. Und das ist nämlich viral geworden. Guck mal, 112.000 haben das geliked. Spricht sehr für ihren Humor. Ja, also dafür, dass dieser Mensch komplett humortot war. Ich weiß nicht, ob du seinen Auftritt bei Dislike gesehen hast. Nee, gar nicht. Ja, irgendwie die ganze Zeit, da kriegt er irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Hater-Kommentare. Und er sagt nur, ja, das kann man so denken. Und ja, komm, mach mal das Nächste. Und das ist überhaupt nicht schlagfertig die ganze Zeit. Also, du kennst ja noch Benny S., oder? Ja. In dieser Kerbe sehe ich ihn halt so ein bisschen. Echt? So vom Feeling. Okay. Na, nicht genau so natürlich. Aber halt dieser Schlag Mensch irgendwie. Es gibt noch ein paar andere, aber die kennst du halt nicht. Deswegen kann ich die jetzt nicht als Beispiel bringen. Also klar, es gibt so sehr, sehr Fach, also Leute, die halt im Sozialen inkompetent wirken, aber auch im Fachbereich sehr, sehr, sehr spezifisch und sehr, sehr ausgeprägt. Und klar, das ist bei beiden so. Aber das haben Professoren und Wissenschaftler recht häufig. Na gut, stimmt. Du hast ja nur mit solchen Leuten. Du bist ja immer nur intellektuell unterwegs, weißt du. Ich mit meinen ganzen asozialen Skater-Kiffern. Ja, weil wir beide so gut wie nie miteinander zu tun haben. Wollen wir jetzt hier einen Brennpunkt streiten, oder wollen wir jetzt das nächste Thema mal machen? Wir wollten streiten, aber ich habe auch ein bisschen Zeit geschunden, weil ich dachte, ich könnte über Social Blade mal investigativ herausfinden, wie viele Follower der Mann dazu gekriegt hat. Aber gibt irgendwie nicht. Log in. Log in to your free. Das ist ja asozial. Jetzt muss er sich bei Social Blade einloggen. Weil ich kann mir vorstellen, das ist halt echt ein super virales Video gewesen. Äh, Foto gewesen. Das ist ja richtig jetzt hier. Influencer wird der, Karl. Ja, Gesundheitsminister Hu, wir wollen lustige Insta-Posts haben. Ja. Nun gut. Kann ich halt jetzt hier nicht mit Wissen glänzen. Ja, also, ähm, meine Filme 2021 sind jetzt entsprechend natürlich Don't Look Up und Dune. Ein verbindendes Element ist der Typ aus Dune. Wie fandst du echt den Film? Timothy Chalamet. Es wird noch viele Male, die ich über den rede, brauchen, bis ich mir seinen Namen merke. Okay. Äh, Don't Look Up oder den Typen? Wen finde ich wie? Äh, den Film. Ähm, ich fand den ein bisschen seltsam. Aber er hat, äh, ne, also er hat mich berührt. Aber der war die ganze Zeit so ein bisschen komisch. Ja, ich weiß nicht, wie viel Hintergrundwissen du zu dem Film hast. Ja, gar keins. Ich hab das, ich hab nur geguckt. Wir haben so, ey, komm, wir gehen, wir haben jetzt genug ZDF-Übertragung von Brandenburger Tor geguckt. Wir gehen jetzt auf Netflix. Und da hab ich gesehen, hä, da ist ja Leo. Lass den gucken, lass den gucken. Und dann haben wir das geguckt. Also, guter Vorschlag. Das ist schon ein sehr solider Film, 2021 gewesen. Oder ein Top-Film, würde ich schon sagen. Für mich hatte der problematisch, das ist aber bei vielen Netflix-Filmen so, der wirkt irgendwie wie so ein Fernsehfilm. Da bin ich irgendwie nicht so dran gewöhnt. Und dann wirkt das gleich ein bisschen billig. Aber was ich dazu sagen wollte an Flöger ist ... Was unterscheidet ein Fernsehfilm von einem anderen Film? Na, die Kamera oder so, weißt du? Das ist dann alles irgendwie so. Das war auch bei der Hobbit so. Da hat sie ja diese 60-Frame-Scheiße oder 120-Frame. Und das wirkt dann irgendwie billig. Obwohl es halt nicht billig ist. Ich kann es nicht ganz erklären. Ich glaube, es sind wirklich die Frames. Weil Kinofilme irgendwie auf 25 Frames laufen. Und wenn du dann plötzlich 60 hast, das wirkt dann halt wie Schwarzwaldklinik. Weißt du? Ja, aber was ich als Trivia zu diesem Film sagen wollte, ist, dass das Drehbuch weit vor Corona entstanden ist. Hättest du das gedacht? Das ist einigermaßen witzig. Die Frage ist natürlich, ob die während Corona noch ein paar Sachen abgeändert haben. Das kann sein. Aber, also, weißt du, vor Corona könnte man halt sagen, ja, so ein Schwachsinn. Aber jetzt mit dem Corona-Wissen wirkt es halt irgendwie nicht mehr so unrealistisch, weißt du? Ja, ja, genau. Also, es wirkt halt wie eine, wie sagt man, Hommage, Passiflage, Parodie auf die Klimathematik. Aber auch Corona. Ja. Aber wenn es nur eins von beiden ist ursprünglich, dann ist das natürlich ein doppelter Geniestreich, weil sie damit ja so ein bisschen auch Vorhersagen getroffen haben. Ja. Aber ja, das trifft natürlich den Zahn der Zeit, ne? Also, statt die Leute sich irgendwie Sorgen machen um einen Kometen, der runterkommt oder einen Meteoriten, ja, lieber erstmal posten. Ja, ich finde, der existiert. Ich finde, der existiert nicht. Und ich finde so, bla, bla, bla. Und so ist es ja bei den aktuellen Krisen auch teilweise. Gerade diese ganze Social-Media-Sache. Ich glaube, der Film hat es sich leicht gemacht, weil er halt nur Amerika gezeigt hat. Und das kann natürlich sein, aber ich glaube halt nicht, dass wenn da wirklich ein Komet kommen würde, irgendein Land würde da halt eine Mission starten, auch vorher schon. Weißt du, nicht erst last minute. Das würde auch deutlich über ein halbes Jahr vorher entdeckt werden. Deutlich über ein halbes Jahr, also Jahrzehnte vorher. Naja, und deswegen, also ein paar Sachen sind halt dann ein bisschen sehr over the top. Aber ich fand ihn trotzdem schon entertainend. Anna fand ihn schon eher langweilig. Echt? Aber ja, also ich habe, glaube ich, dann tatsächlich, sie ist, glaube ich, eingeschlafen und ich habe den alleine dann fertig geguckt. Aber ich fand ihn trotzdem gut. Ja, macht sich an einigen Stellen ein bisschen einfach. Es ist jetzt nicht wie, ich weiß nicht, war das der Masianer, wo sie sich richtig so bei Wissenschaftlern informiert haben und so, wie das eigentlich auch richtig physikalisch korrekt ist und so. Naja, naja, gut, aber bei so einem eher witzigen oder Parodiefilm, da ist das, glaube ich, auch weniger relevant. Ja, aber das Comedy-Film ist mir erst spät aufgefallen, tatsächlich. Hm. Na gut. Ja, also es war für mich jetzt auch nicht so der Schenkelklopfer-Ding. Es war halt schon irgendwie mehr so Satire und weniger. So, also keine Ahnung, wenn irgendwie, wenn die Partei was macht, da lache ich auch nicht. Da denke ich mir, hm, cool. So, weißt du, so dieses Gefühl irgendwie. Okay. Ähm, was wollte ich denn sagen? Ach so, also ich glaube, dass es halt sehr übertrieben ist, aber was ich 100% überzeugt von bin, dass das alles tot gemimt werden würde, wenn das in echt passieren würde. Wenn da so ein Komet kommen würde, es würde, also jeden Tag würden tausende Shitposts hochgeladen werden. Guck mal hier, haha, when your birthday is on, but your, but, äh, Metroid comes, bla, bumm. So, weißt du. Ja, aber ich denke, diese Gefahr ist auch wenig einschätzbar, weil man auch nicht dran gewöhnt ist. Also, es gibt ja auch genug Programme, die genau sowas halt problemlos vermeiden könnten, wie es zum Beispiel bei diesen Dinosaurier-Metriiden war, dass die den einfach deutlich vorher ein Stück wegschieben, sodass er halt vorbeifliegt an der Erde. Dass die Dinosaurier, dass die da auch nicht einfach früher gehandelt haben, ne, und irgendwie. Ja, ja, ja. Hätten die Dinosaurier mal eine Atombombe dahin geschossen, die Deppen. Das weiß ich nicht, ob das so viel bringt. Aber wie gesagt, man kann den einfach beiseite schieben. Das ist tatsächlich, glaube ich, die erste Lösung, die da in echt genutzt wird. Patrick macht das, oder? Aber ja, das ist ja auch nicht so, dass das irgendein No-Name-Institut sechs Monate vorher mitkriegt, sondern wie gesagt, der Himmel wird ja abgesucht. Ja. Wo wir gerade vom Himmel absuchen reden, das ist ja perfekt, ja. Das James-Webb-Teleskop ist ja jetzt am Start. Und du als Meteorologe, du kennst dich ja auch richtig aus. Du bist doch hier, äh, Jörg Kachelmann bist du doch. Nee, andersrum. Ich habe eine vergewaltigt, aber sie hat's nie rausposaunt. Ach so. Nee, also das ist halt an mir vorbeigegangen, aber ich weiß, dass es eine große Sache ist. Also das James-Webb-Teleskop, das ist irgendwo irgendwo hingeschossen und das kriegt jetzt Bilder, die man sonst nicht kriegt. Mhm. Und diese Mission ist ja erfolgreich gewesen und das ist gut. Ja. Hast du auch nicht mitbekommen? Wissenschaft ist gut. Ich dachte, das interessiert dich sowas. Ich habe eine Schlagzeile gelesen, wo das drinnen stand, aber mehr auch nicht. Siehste. Was ist denn das, Alter? Ich sehe hier gerade Bilder davon, das sieht ja total dumm aus. Das steht auf so einem Papierflieger irgendwie drauf. Das ist ja richtig albern. Hä, so fliegt das rum? Ich schicke dir hier mal bei Discord so ein Bild, das ist ja einfach nur dumm. Das fliegt auf einem Papierflieger? Ja, das fliegt auf so einem Papierflieger rum. Ja. Ja, ja, doch, doch, eindeutig. Es ist definitiv ein Papierflieger und es ist auf jeden Fall keine Schüssel oder ähnliches. Aber da oben ist eine Schüssel. Ja. Oh, mit Bienenwaben. Ja, vielleicht findet man ja jetzt doch mal irgendwie ein weißes Loch oder so. Ich frage mich, wer dieses Foto gemacht hat. Ja, gut, aber bei weißen Löchern. Das hat außen so GoPro dran. Weiße Löcher hat man ja noch nie in irgendeiner Art und Weise gemessen. Die schwarzen Löcher konnte man zumindest ja durch ihre Gravitationswirkung berechnen und bemessen, bevor man eins fotografiert hat. Aber von weißen Löchern weiß man ja noch gar nichts. Man weiß ja gar nicht, ob es die überhaupt gibt. Hm. Also da ist das Foto noch weit entfernt. Und wenn, dann wird es fürchterlich überbelichtet sein. Ta-ta, ta-ta, ta-ta. Witzig. Ja, geil. Also ich würde schon gerne mal 2021 besprechen, weil mir gerade aufgefallen ist, wir sind ja mittendrin und dramaturgisch hätte es vorher viel mehr Sinn gemacht. Ach so, ich dachte dir ist gerade aufgefallen, dass das ja beendet ist. Das ist beendet übrigens. Public Service Announcement, dafür schaltet ihr uns ein. Denn kennst du das nicht früher, Alter, in der Schule, wenn du nach Weihnachten in die Schule gehst und dann oben in die Ecke auf Arbeiten und so ein neues Datum schreiben musstest und das jedes Mal so ein bisschen komisch war? Äh, ja, das, ich muss bis heute auf Papier manchmal das Datum schreiben. Ach, das kennst du ja bis heute. Ach, stimmt. Du schreibst ja noch mit Hand. Weitere Mal mache ich das. Aber ja, man hat sich immer erst verschrieben. Aber witzig, es gibt ja diese Ausfüllbogen für Nachverfolgung, ne? Wenn du irgendwo dich hinsetzt. Mhm. Weißt du, welche ich meine? Nein. Na hier, Kontaktnachverfolgung. Ach so. Und da habe ich tatsächlich... Ja, egal. Da habe ich tatsächlich außer... Kontakti schreit Nachverfolgung, sorry. Nochmal was? Kontakti schreit Nachverfolgung, ist egal. Ja. Ja. Und da habe ich letztes Jahr tatsächlich schon... Doch, ich finde es immer lustig, es tut mir leid, ja. Nimm dir die Zeit. Ja. Willst du noch einmal brüllen? Kennst du... Ich muss den Witz kurz erklären. Kentucky Fried Chicken kennst du? Nee. Was ist denn das? Okay. Veganer. Okay. Da muss man ausfüllen. Ich kenne Kentucky Fried Chicken, aber du kannst doch nicht sagen, Ausfüllbogen, Fried Chicken, oder ist das dann witzig? Nein. Kontaktverfolgung, Fried... Was habe ich gesagt? Das habe ich schon wieder vergessen. Egal. Also wie, wollen wir die Laune der Zuhörer jetzt noch weiter schmälern oder wollen wir jetzt kurz... Kentucky Fried... Irgendwas, Ausfüllbogen. Ja, aber hä, du kannst doch nicht Kentucky durch Kentucky besetzen und das so witzig. Kentucky ist witzig, doch. Okay. Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob das ein Burner-Gag war jetzt. Ja. Das mit dem Patrick haben wir nämlich auch hier schon übergangen. Da habe ich so richtig clever... Ist egal. Wir nehmen den Meteoriden und schieben ihn woanders hin. Ist okay. Also auf jeden Fall, jetzt kommt die Story, die viel zu irrelevant ist, als dass ich dafür zehn Minuten brauchen sollte. Ich wollte nur sagen, dass ich im Jahr 21 schon aussehen 22 geschrieben habe und das ist umgekehrt. Immer deiner Zeit voraus. Immer deiner Zeit voraus. Genauso wie du mit deinem geilen Brüller. Der trendet bestimmt auch in drei Jahren. Ich denke auch. Gut. Apropos Trenden. Ja, wir haben ja die Google-Trends für 2021 vorliegen. Ja. Und da ging einiges. Hättet ihr gedacht, dass das mit dem Kapitol jetzt schon fast ein Jahr her ist? Am 6. Ist das große Jubiläum. Das feiern wir jetzt. Bald. Diese Woche. Da backen wir uns alle so einen schönen runden Kuchen und schlagen mit einem Hammer drauf. Ja, die Kapitol. Also hätte ich das mit Stromberg nicht schon erzählt, dann würde ich es jetzt erzählen. Das war an sich ganz witzig. Das wäre witziger, wenn keine Leute gestorben wären. Aber das hat nochmal sehr, sehr schön. Das ist wie so eine Supernova, weißt du? Wenn es am Ende nochmal knallt. Das war so die Supernova von Trumps Amtszeit. Ja. War ein Ding. War ein. Ja. Ich wollte nur sagen, wir haben ja die Google-Trends vorliegen. Und das Kapitol ist halt ganz hoch gespiked und war aber übelst schnell auch wieder weg. Das ist so eine Sache, die ich bemerkenswert finde. Auf diesem Bild ist als nächstes der Lockdown, aber der zieht sich ja eh durch. Lass darüber nicht reden. Aber ich glaube eher, dass Kapitol abgelenkt wurde durch die Sache mit dem Mond. Und... Ja, da wurde nämlich To The Moon geflogen. GameStop. Ja, haben wir ganz viel hier drüber geredet. Weil das für mich auch so faszinierend war zu verfolgen. Und du hast gesagt... Zum ersten Mal haben irgendwelche Memlords in die Börse eingegriffen. Das kann jederzeit wieder passieren. Passt auf, Jungs. Vor vier Jahren in die Präsidentschaftswahl und jetzt hier in die Börse. Was kommt als nächstes? Ähm, weiß ich nicht. Schlagfertigkeit. Ja, und mal wieder habe ich einen Trend als zu riskant angesehen und habe damit zumindest finanziell nichts zu tun gehabt. Hätte mal, würde mal, wäre mal. Ähnlich wie bei Bitcoin damals. Aber naja. Gut. Hätte mal, würde mal jemand ordentlich lenken können in diesem großen Boot, gäbe es den Trend Suezkanal danach nicht als nächstes. Dazu habe ich im Übrigen, glaube ich, eine Anekdote. Ja. Die jetzt vielleicht schon mal erzählt wurde von mir. Ich habe zu der Zeit, war ich durch Lockdown eben genannten, schon sehr mürbe. Und hatte irgendwie total schlechte Laune. Aber so eine lebenseinnehmende schlechte Laune. Und habe mir gesagt, okay, fuck, du tust jetzt mal dein Handy weg, du machst jetzt mal alle Nachrichten aus, machst einfach dein Ding. Und da ist das mit dem Suezkanal passiert. Ich habe das komplett verpasst und erst viel zu spät das mitgekriegt. Ich kann mir aber vorstellen, wäre das für dich nicht so ein später Gag gewesen, wäre das nicht im Table-Video drin. Weil für dich war das ja noch brühwarm quasi, als wir dann The Table gedreht haben. Und für uns war das schon alles so vergessen. Kann sein. Aber ist ja ein geiler Clip geworden. Ja, war natürlich witzig. Ja. Ja, vielleicht, also manchmal ist Spätshund nicht unbedingt schlecht. Mich wundert eher, dass da nicht Evergreen oder Evergiven trendet, sondern Suezkanal. Ja, wahrscheinlich hat das auch getrendet. Aber übrigens, jedes Mal, wenn ich jetzt so einen Evergreen-Container sehe, auf irgendeinem Verladestation oder hast du nicht gesehen, oder auf dem LKW, muss ich jedes Mal ein bisschen schmunzeln. Ja, schön. Das hat mich gerade an ein Video erinnert, was ich heute gesehen habe. Wir haben so einen Esoterik-Kanal gefunden. Ach, guck. Und da hat so eine ganz nette Dame erklärt, was man alles so für grüne Pflanzen und Unkraut einfach von der Hand ins Fettmaul stopfen kann. Und dann hat sie gesagt, ihr habt am besten einfach euer Körbchen dabei oder euer Sammelgerät. Das fand ich sehr witzig. Hast du das auch so gesagt? Ja. Ich schicke dir das mal. Das ist wirklich ein Brecher. Ich sehe schon, ihr habt wieder tagelang durchgegammelt und euch übelst den Trash angeguckt. Und viel gelacht. Und ihr Gehirn zerstört. Ja. Das war auf dem Hope-Channel. Hope-TV. Natur und Gesundheit. Einfach groß. Ja, dann haben wir... Ja, und da ging es auch schon in den Wahlkampf. Ja. Gucke mal. Baerbock steht hier als erstes. Ja, aber ziemlich gleichzeitig mit einem anderen Kanzlerkandidat. Verrätst du uns auch wer, oder? Ich dachte, wir spielen jetzt die Bälle so zu. Ja. Wenn du eine alte Bumse willst, spielst du nicht mit der Volleyball. So sieht es nämlich aus. Endlich sagt es mal jemand. Baerbock und Laschet. Damals dachten wir noch so, einer von den beiden wird es. Damals, als Scholz seine Sätze begonnen hat mit, wenn ich Kanzler bin, habe ich mir noch auf die Schenkel geklopft. Das kann doch unmöglich werden, dieser Trump. Wer ist das überhaupt? Wer ist das? Aber nein kann es aber sein, kein Double-Time. Ja. Aber Laschet konnte doch Kanzler. Wie konnte das dann passieren? Naja, der konnte auch diverse andere Sachen nicht. Aber das kommt, glaube ich, erst in fünf Punkte später, wo wir gleich auch nochmal drauf kommen. Ja, okay. Woran auch die anderen Sachen. Ja, Baerbock, was war denn das für eine Baerbock-und-Talfahrt? Mhm. Ja. Zuerst dachten alle, okay, krass, wir kriegen eine grüne Bundeskanzlerin, wir kriegen eine dominant grüne Regierung. Vielleicht wird es eine Ampel. Und dann hat sie sich Schnitzer erlaubt, die für euch auch gar nicht schlimm sind. Nämlich, was hat sie gemacht? Abgeschrieben? Das musst du jetzt nicht herunterspielen, nur weil du das bei deinen Arbeiten auch immer machst. Und ihren Lebenslauf geschönt. Also ich schreibe mich ab bei meinen Arbeiten, aber mit Verlauf, den Lebenslauf schönt ja wohl jeder. Tja, sonst würde ja bei mir gar nichts drin stehen. Muss man schon sagen. Ja, also sie hat den Sandro gemacht, bevor Sandro ihn gemacht hat. Das Fass ist aber zu, also rede jetzt bitte nicht mehr über Frau Baerbock. Okay. Ja, Laschet, der hat sich so hier und da, also keine Ahnung, warum der gescheitert ist, ist ja auch egal. Dann gab es hier irgendwie Israel. Was war denn da los? Also ich glaube, die waren wegen dem Impfstoff. War das hier Iron Dome, was hier so spiked? Auch, ja. Aber das war so cool. Über das ganze Jahr hinweg sind sie wegen dem Impfstoff. Ja, ja. In den Medien, glaube ich. Genau, und dann ist da ein Spike, so, wo ist denn das ungefähr, bei Mai ungefähr, und die wurden ja irgendwie beschossen und dann haben die einfach ihre geile Raketenabwehr da gezündet, die einfach so sick ist, dass es überhaupt gar nicht klar geht. Ja. Also das war doch übelst cool. Du hast doch so ein Ding auch mal in klein gebaut in der Uni Weimar. Das war ein Holzdome, das war eine Halbkuppelprojektion, ähnlich wie ein Stern, wie sagt man, Sternervatorium, Observatorium, Stern, also egal, auf jeden Fall konnte man da so eine Halbkugel sich drunter legen und da konnte man mit dem Projektor so geilen Scheiß reinprojizieren, der dann so räumlich verzerrt war und das sah dann cool aus. Da hat der sich ja so ein riesiges Arschloch drauf projiziert. Hättest du das damals mal vorgeschlagen, das wäre richtig witzig gewesen. Gut, wir haben hier Europameisterschaft und ich muss ehrlich sagen, also das hätte ich nicht gewusst, dass das tatsächlich dieses Jahr irgendwie war. Ja doch, die war ja eigentlich für 2020 angesetzt, aus dem ging das dann nicht. Ich habe das ja auch irgendwie mitverfolgt, aber ich habe das komplett direkt wieder vergessen. Aber frag mich nicht, wie weit Deutschland gekommen ist, ich glaube die sind ganz früh raus oder so, oder wer gewonnen hat. Ich glaube Frankreich war im Finale, sonst weiß ich auch nichts. Siehst du, nicht mehr das hätte ich gewusst, aber was mich interessiert, es gab ja die Debatten zum Thema, ja bei diesem ganzen Bau der Stadien für die Weltmeisterschaft 22 sind hier und da mal Arbeitsunfälle passiert, die sollen wir jetzt boykottieren. Bist du da auch der Meinung? Ich habe dir nicht zugehört, England hat gewonnen. Sorry, was Arbeitsunfälle? Naja, gibt es ja, dass sich hier und da bei jemandem den Finger klemmt und dann so arbeitsschutztechnisch das irgendwie nicht hundertprozentig ablief und ähnlich war das ja auch bei dem Bau der Stadien für die Weltmeisterschaft 2020. Und deshalb kommt es da jetzt zu boykott oder auch Ähnlichem. Ja, na die sollen nicht so Weicheier sein. Also die sollen es ja ihr Geld auch mal verdienen. Da musst du halt statt einer Stunde einen Tag für den Mindestlohn arbeiten, aber also come on. Und der ist da noch nicht auf 12 Euro. Ja. Aber die sollen es nicht beschweren, Money is Money. Wenn das zu harte Arbeit ist für diese Sklaven, dann sollen die einfach in Bitcoin investieren oder NFTs kaufen. Hm. Okay, das war jetzt die spaßige Antwort jetzt nochmal für all die Leute, die vorhaben, sich das anzugucken nächstes Jahr. Das ist eine Schweinerei, aber alle, die Fußball lieben, werden es halt sich auf jeden Fall trotzdem angucken. Aber so Leute wie ich, die das nur während der WM gucken, weil es lustig ist, überzeugt mich. Achso, ja gut, dann finde ich das gut. Ja? Ja. Ich dachte nicht. Also ich finde es gut, dass du das nicht guckst. Achso, ah ja, ich gucke das nicht. Ja. Aber wenn ich es doch gucken würde, was würdest du sagen? Ist halt scheiße. Ah. Aber ich glaube nicht, dass du das Zünglein an der Waage bist, ne? Aber also... Also es wäre in dem Fall einfach... Hey, warum denkst du immer noch so? Das ist doch völliger Bullshit. Nein, nein, nein. Pass auf. 89 war auch keiner davon, das Zünglein an der Waage. Ja, na doch. Also hier in der Sache wäre es viel relevanter, wenn ganze Vereine halt, und ich glaube Schweden oder so macht das ja auch, ganze Vereine sagen, wir treten da nicht an. Das ist halt viel relevanter. Weißt du, dann, wenn die Hälfte nicht antreten würde, könnte es ein Stadt finden. Ja, aber da muss der Fan doch Druck machen. Da müssen wir doch von unten durch die Revolution. Ja, ist ja richtig, aber du bist ja nicht der Fan. Du bist ja einfach nur irgendjemand, der halt zuschaut. Ja, aber jeder Einzelne, dann überzeuge ich halt einen Fan. Ja, ich finde das ja auch nicht schlecht. Jeder Einzelne ist ein Zünglein, egal wer, egal wo, egal ob Fan oder nicht. Das ist ein großer Zungenschlag, ist das. Nee, ist gut. Ukraine, warum ist denn die eigentlich Juni eigentlich hier getrendet und nicht jetzt gerade im Moment, wo die irgendwie kurz vor dem Dritten Weltkrieg da sind? War da nicht auch irgend so ein Event? Warte mal, Israel ist gespiked, weil, nee, warte mal, das war letztes Jahr. Wann hat denn Trump diesen General dann auch getötet? Da hat er auch irgendwie, nee, warte mal, das war ja gar nicht Israel. Das ist ja eigentlich ganz viel durch, Iran war das. Gut, vergiss es. Äh, weiß nicht. Was war denn da Anfang Juni, Juli? War da auch schon irgendwie sehr berasselt? Ich weiß es auch nicht mehr genau. Wahrscheinlich. Da rasselt es ja sowas von die ganze Zeit. Dann haben wir als nächstes Delta. Delta kam da erst, das geht ja Schlag auf Schlag. Naja, Delta ist ja jetzt schon wieder aus. Delta, was an Delta ja das Asoziale war, ist, dass wir so richtig niedrige Zahlen hatten und die Impfung richtig gut wirkte und dann kam diese Drecks-Delta-Variante, die Nummer absteckend war. Ja. Weißt du, was ich dumm finde? Delta. Dass sie das griechische, Delta und dass sie das griechische Alphabet genommen haben, was mal wieder endlich ist, hätten die das nicht einfach durchnummerieren können? So, weißt du, weil jetzt kommen wir irgendwann zu dem Punkt, dass, wenn Omikron nicht die letzte Variante ist, irgendwann sind wir bei Omega, was machen wir dann? Dann geht es mit A, B, C weiter vielleicht? Die A-Variante, die B-Variante. Ja, gut. Na, sicher. Na, mal gucken. Vielleicht kommen da auch kyrillische Buchstaben. Ja. Die Sch-Tsch-Variante, das wird gut. Das ist jetzt ein Gag, den verstehe ich nicht, weil ich nicht auf der Waldorfschule war. Ja, nur Waldorfschüler können Russisch, sonst kein Mensch. Naja, und EDR-Bürger. Das bist du wiederum. Ich bin in diesem Sweet-Spot dazwischen. Weißt du, was lustig ist? Hochwasser. Wenn man Laschet ist, richtig. Ja. Da wollten wir nochmal drauf zurückkommen. Was hat Laschet die Kanzlerschaft gekostet, unter anderem? Also zwischen den ganzen anderen Scheiß, den er verbockt hat und der korrupten Partei, hinter der er steht? Mhm. Genau. Also es gab einen stark verregneten Tag. Auch ich habe ihn mitbekommen. Also für mich war es nur ein stark verregneter Tag, der irgendwie nicht enden wollte vom Regen her und am nächsten Tag war die Straße ein bisschen kaputt. Mhm. Aber ich kriege da dann von Stressis so Nachrichten wie, hey, um uns herum werden gerade alle evakuiert, nur wir nicht. Äh, hoffentlich planen die das gut. Vielleicht wollten die aus Stressis Dorf einfach so eine Insel bauen. Vielleicht wollten die, vielleicht haben die darunter auch Kohle entdeckt. Ja. Ja, auch das. Nee, aber es war dann so, dass diese, diese, ähm, was war denn das überhaupt für eine Talsperre? Naja, auf jeden Fall irgendeine Talsperre, da, äh, Ruhr-Talsperre. Genau, dass die, wenn die, oder war das die, ist egal, also wenn die gebrochen wäre, dann wäre die nicht über das Dorf drüber und das war dann alles in Ordnung. Hm, okay. Olympia würde ich überspringen. Ja. Aber ganz kurz Hochwasser. Wie ein Olympionistischer Hochstabsspringer. Ja, okay. Äh, Hochwasser ist halt auch übelst schnell abgeebbt. Witzig. Ähm, und irgendwie war das auch, also ich finde das ja an sich gut, dass das gegen Laschet verwendet wurde, aber kaum war so wahlgelaufen, irgendwie das interessiert halt auch keinen mehr, oder? Das Hochwasser. Ja. Das Hochwasser hat Olaf Scholz in seiner Neujahrsansprache explizit erwähnt. Okay, guter Mann. Ist noch da. Ist noch präsent, wird noch aufgebaut. Mal gucken, wie lang es hält. Gut. Olympia war Bums. Unter anderem deswegen konnte ich nicht nach Japan, weißt du. Das ist halt das alles. Wie, Olympia konnte ich nicht nach Japan, nee, was? Nee, ach, die haben doch abgeschottet. Die haben Olympia auch komplett ohne Zuschauer abgehalten in Japan dieses Jahr. Es hieß dann immer ganz große Zahlen in Japan und es war halt verglichen mit Deutschland immer ein Witz. Ja. Weil die halt besonders vorsichtig sind. Welche der Methoden, die schlauere war, werden wir erst in ein paar Jahren erfahren, wenn das alles mal durchgerechnet wird. Ja. Ich sag ja nicht, dass das eine schlechte Variante ist, das so zu lösen. Das ist halt nur, weißt du. In Deutschland gibt es dann die Schlagzeilen, oh, riesen Anstieg in Japan, dann vergleichst du es halt mit deutschen Zahlen. Das meine ich, das ist halt einfach ein bisschen dumm. Egal. Ja. Afghanistan ist halt auch so ein Land. Ist auch so ein Land. Spaß. Das war, das war auf jeden Fall ein Event dieses Jahr, würde ich sagen. Das war auf jeden Fall mal ziemlich fortschrittlich und nahezu demokratisch. Jetzt ist das wieder nicht. Ja, das ist ja jetzt, das ist ja so der Anfang vom Ende gewesen. Jetzt sind ja diese witzigen Storys daraus resultiert jetzt, die Taliban ist am Start und bezahlt Stromrechnungen nicht und deswegen sitzen die im Dunkeln und reiten aber witzig auf Kinderkarussellen und so. Das war schon für mich tatsächlich so ein Event des Jahres. Du willst damit sagen, die Taliban sind so ein großer Drachenlord? Ja. Sollte man einen eigenen YouTube-Channel groß machen. Also. Man jeden Tag streamen. Du bist auf irgendwelchen Autodächern geritten und fandst dich geil, aber bist du schon auf irgendwelchen Radklappen von Armeefliegern hier Laster gesessen und bist da in die Luft geflogen? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Weil sonst wärst du jetzt nicht hier. Gut. Schöne Bilder, schöne Bilder, sehr verstörend, sehr verstörend. Ja. Gut. Ebenfalls. Bundestagswahl. Auch sehr verstörend. Aber haben wir ja jetzt eigentlich schon reichlich durch. Ach, ging. Ach, so verstört fand ich die gar nicht. Ich meine, Armin Laschet wird Kanzler. Also, wir haben das halt alle sehr viel gesungen. Von daher sollten wir jetzt irgendwie anfangen zu singen. Der Klimawandel wird gar nicht so schlimm. Äh, nee. Warte, andersrum. Fuck. Jetzt hab ich's gejinxt. Ach, scheiße. Tut mir leid. An all die Zuhörer, ich schaue grad verwirrt. Ach so. Naja, wenn man sagt, also wenn man das singt, Dinge passieren, dann passieren sie halt nicht. Okay. So. Ich verdiene keine eine Million Euro. Okay, genau. So, Scholz hat hier irgendwie auch so einen Peak und dann ganz lange nichts. Und dann Merchel ist weg und plötzlich hat er auch noch so einen Peak. Was denn da passiert? Was ist mit Scholz passiert? Keine Ahnung. Aber das ist auch wirklich ein ziemlich langweiliges Personal hier. Wollen wir den auch skippen? Ja. Okay, WhatsApp. WhatsApp ist spannender. Aber was war denn da? Da war irgendwie viel gegoogelt und dann war da irgendwie ein Spike im Oktober. Ja, das war so ein Down. Da waren ja alle Facebook-Services down. Ach so, das ist auch völlig an mir vorbeigegangen, ne? Ich hab zwar WhatsApp, aber das schreibt mir ja keiner. Ich nutze ja Telegram, was übrigens diese Verschwörungsplattform ist. Ja. Insta runtergeschmissen, Facebook nutze ich auch nicht mehr. Es ist völlig an mir vorbeigegangen, ja doch, völlig an mir vorbeigegangen. Aber es sind nicht alle Facebook-Services, sondern alle Meta-Services ausgefallen. Hm, stimmt. Aber zu dem Zeitpunkt war es, glaube ich, noch nicht Meta, oder? Nee, war es nicht. Die haben vielleicht deswegen das Image gewechselt. Nee, ich glaube, die hatten andere Probleme. Hm. Aber das ist für mich, ja? Ich finde am interessantesten, dass WhatsApp übers Jahr hinweg sehr, sehr weit oben ist. Also im Vergleich auch mit anderen. Das ist höher als Israel, so. Vielleicht googelt ja jeder mal andauernd WhatsApp-Web-Applikationen oder so. Gibt's ja auch. Vielleicht nutzen das ja. Maybe. Was noch an mir vorbeigegangen ist, ist Squid Game. Das hat einen echt harten Peak. Und war dann aber auch ... Also das war das erste Mal, dass ich den Hype mitgenommen habe in einem Video, ja? Hat jetzt nicht so viel gebracht, aber ich fand Squid Game auch einfach tatsächlich gut. Und hab das gerne geguckt und fand das dann auch geil, da ein Video zuzumachen. Das Video hast du hoffentlich wenigstens gesehen. Ich hab's gesehen, aber frag mich nicht, was drin vorkam. Das mit dem Post ... ach, Postboten, mit dem Pizzaboten? Ja, doch, doch. Ich weiß ja nicht, wie das bei dir war. Du hast ja bestimmt auch bei diesem Pizzalieferanten öfter mal bestellt, den ich jetzt nicht nenne, oder? Nee, gar nicht. Nie? Okay. Ist das dieser Innenstadt-Pizza? Ja. Okay. Genau. Und, ähm ... Also wir haben da schon hier in der Wohnung relativ oft bestellt. Vor allem Anna bestellt da halt auch gerne. Und da war jedes Mal, ungelogen, jedes einzelne Mal eine andere Person. Und seit dieser Prank gemacht wurde, war immer wieder der gleiche Typ hier. Der wird euch kennenlernen. Ja, ich weiß nicht, ob der sich was erhofft oder ob das wirklich Zufall ist. Weil eigentlich dachte ich so, ja, ist ja eh immer ein anderer. Komm, den seh ich eh nie wieder so. Das ist ja ein geiler Typ, ja. Aber wenn du dann irgendwie so in Unterhose dastehst und dann guckt er dich mit großen Augen an ... Der hat sich ja nicht verliebt. Ja. Ja, Robin, jetzt wechselt dieses Prank-Dasein über den Kopf. Ist so. Die, äh, die Geister, die ich rief. Die Früchte, die ich säte. Gut. Äh, Impfpflicht kommt hier auf einmal. Ja, das wurde über das Jahr immer mal so ein bisschen gegoogelt. Und dann, wo es wirklich zur Sprache kam, zwischen Oktober und November ging dann so ein richtiger Spike nach oben. Jetzt weiß ich gar nicht ... Ach nee, die wird ja jetzt zeitnah, glaube ich, im Bundestag abgestimmt, die Impfpflicht. Ich glaube, das ist im Januar. Hm. Bist du pro oder kontra? Ja, es ist schwierig. Aber ich glaube, ich bin eher pro, aber mit schlechtem Gefühl als kontra. Ich bin inzwischen pro, aber ich war das ganze Jahr über kontra. Allerdings hätte ich es nicht, hätte ich es nicht wie die Politiker gemacht und gesagt, es wird auf keinen Fall eine geben. Das hätte ich nicht gemacht. Ja, das ist halt ... Also, die haben ja da wahrscheinlich auch einfach gehofft, ne? Ja, aber dann sagt man dir, wir glauben fest daran und wir hoffen es nicht, es wird keine geben. Vor allem, sonst machen ja Politiker immer so Schwafel und nichts Konkretes sagen, bla, ne? Ja, damit genau sowas nicht passiert, ne? Ja, eben. Das ist halt sehr unglücklich. Aber man hat ja sehr auf das Vertrauen, äh, ne, andersrum, man hat ja sehr Vertrauen in die Menschheit gesteckt. Und das ist ja immer ein Fehler. Vor allem die deutsche Menschheit, ja. Ja. Wir sind ja irgendwie, der deutschsprachige Raum ist impfstatusmäßig der schlechteste in ganz Europa. Weil die sich alle so super schlau fühlen und sagen, ja, ich bin der Einzige, der herausgefunden hat, dass der voll schädlich ist. Und meine Freundin kriegt jetzt ihre Tage nicht mehr. Ja. Ja, welche Freundin, ja, kenne ich, weiß ich nicht. Ich, vielleicht hatte die jetzt auch wieder, ich hab jetzt lange nicht mit der geredet, äh, weißt du? Okay. So. Ne, also, Impfpflicht. So, aber ich dachte, ich vermisch das vielleicht manchmal. Aber ich glaube, das war dann doch, äh, Amerika. Da war das schon beim Supreme Court. Und da wurde gesagt, dass eine Impfpflicht nicht gegen die Verfassung verstößt. Ein Mandate. Ich weiß auch nicht, wie die es dann im Allgemeinen mit Impfpflichten haben. Wir haben ja vor ein paar Jahren eine eingeführt. Pocken, Masern, irgendwie sowas in der Art. Ich weiß es nicht mehr genau. Mums, Masern, Röteln, Gas, Wasser, Scheiße. Ne, das auf jeden Fall nicht. Haare, Schleiden, Föhn. Genau. Ähm. Hals, Nasen, Ohren. Ja. Also, eine gibt's ja auf jeden Fall. Sonst dürfen die Kinder, glaub ich, nicht in den Kindergarten oder so. Die Eltern müssen da Strafe bezahlen. Ähm, warum sollte das bei Covid anders sein? Ähm, ich find's bedauerlich, dass es nötig ist. Aber es gibt auch ganz andere Sachen, die ich bedauere. Manchmal ist es so. Und das wär jetzt nicht das Allerschlimmste. Insbesondere, weil das Zeug jetzt echt erprobt ist. Jetzt kann man ja nicht mehr sagen, das ist nicht erprobt so. Und warum genau bist du so pro? Weil, also, theoretisch find ich diese, diese Quasi-Pflicht mit, guck mal, dieser Laden hat hier 2G und sowas. Ähm, über lange Sicht könnte das ja auch einfach fruchten. Aber, na klar, lange Sicht ist dann auch beschissen. Ja, aber man sieht ja, es tut's ja nicht. Es tut's ja gerade nicht. Also, es passiert ja nicht. Es klappt ja nicht. Ja, ich hab, du hast wahrscheinlich die Zahlen da auch einfach aktueller im Kopf. Ich hab die Hoffnung, dass das halt gerade immer noch allmählich nach oben geht. Nur halt natürlich nicht super spiky. Ja, jetzt geht's ja wieder nach oben, ne? Aber insbesondere wegen Boostern. Ich mein die Impfzahlen, ne? Ach so, okay. Bitte? Ja. Die Booster geht ja krass hoch. Die Erstimpfung so ein bisschen. Aber wir müssen halt, also, es bringt ja nichts, wenn sich die, die ganzen Pfleger irgendwie oder Ärzte im Krankenhaus die ganze Zeit totarbeiten. Weil irgendwelche Leute Angst vor der Impfung haben. So läuft's ja nun auch nicht, ne? Also, wenn's wirklich so wär, dass das eine Eigenverantwortung wäre. Ich mein, es wird ja auch so, es gibt ja auch Vorschläge, wie die unterschreiben dann, dass sie nicht auf die Notaufnahme kommen, wenn sie krank werden, bababab. Ist ja nicht durchsetzbar. Also, die machen ja andere Leute mit krank, die Ungeimpften. Und deshalb ist es inzwischen leider meines Erachtens für diesen einen Fall, ne? Nicht, dass es jetzt immer Impfpflichten für alles geben soll. Für den einen Fall geht das offenbar nicht anders. Und ich find's nicht geil. Ich find eine Impfpflicht überhaupt so, Eingriff ins körperliche oder Pflichten im Allgemeinen. Du musst irgendwas machen, ist eh immer scheiße. Aber in dem Fall ist es offenbar nötig. Ja. Gerade weil Omikron aufkommt. Und das ist nämlich auch der nächste, für mich letzte relevante Trend, der da hier so am Start ist. Bist du schon geboostert? Ich bin geboostert, ja. Okay, ich muss noch. Ach so. Ich hab das so gelegt, dass ich nicht genau dann Fieber hab, wenn ich was vorhab. Und deshalb ist es erst im nächsten Jahr. Bitte? Du warst ja aber vor mir geimpft, oder? Äh, ja. Ja, ich hab durch Zufall genau am ersten Tag, als fünf Monate um waren, den Booster-Termin gehabt. Ja, mein Arzt meinte noch damals zu mir sechs Monate. Und dann hab ich mich einfach dran gehalten. Also, ich hab's jetzt auch nicht eilig, aber man sollte es halt irgendwann mal machen, ne? Und es ist ja nicht unbedingt schlecht, das nach draußen zu ziehen. Es ist ja nur deshalb schlecht, weil man sich halt sonst anstecken kann. Ja, also das Ding ist, ich fand's auch einfach fürs Gefühl gut, weil ich ja jetzt doch hier Leute zu Besuch hatte zu Silvester. Es war ja keine Home-Party, aber die waren alle geboostert und keine Ahnung, es war dann einfach schon besser. Mhm. Ja, da wird euch halt sicherlich allersamt nix passieren, selbst wenn's irgendwie das Voll-Super-Spreading-Event wär. Wär das sicherlich so eine Krankheit, wo man dann zu Hause liegt und schön, also... Kann man nicht vorstellen, dass Geboosterte mit 20er oder 30er irgendwie in den Krankenhaus müssen. Ja, in den Krankenhaus nicht, aber ich hab den immer noch, der hat's überlebt. Ein Skate-Kumpel, der halt sich angesteckt hatte, trotz Impfung und auch Booster schon. Und der lag halt trotzdem zwei Wochen einfach auf seiner Couch und konnte nichts machen. Und da hab ich halt auch einfach keinen Bock drauf. Also schon alleine das. Pandemie hin oder her. Was sagst du zu der Prognose, dass jeder sich einmal anstecken wird? Kann passieren, aber... Wenn ich da keine Symptome hab, ist mir das ja auch relativ rille. Also das Ding ist, kann sein, ich möchte nur nicht zum Beispiel meine Mutter anstecken. Ja, das ist halt klar. Ja, aber ich denke, wenn man diese Impfpflicht hätte, dann wär's weder schlimm, sich zu infizieren, noch andere zu infizieren. Weil dann wär das Thema endlich mal durch, so... Naja, wie gesagt, wenn wir das neue Ideen von Mario-Fan... Bitte was? Genau, wir begraben das vielleicht auch einfach, das Thema so ein bisschen mit diesem Podcast hier. Machen wir eh nicht. Ja. Ey, komm mal, wir haben fast nicht mehr über Gendern geredet, Tinko und ich. Achso, ich dachte schon, wir zwei. Könnte damit zusammenhängen, na ist egal. Ja, wir haben hier noch Log4j, das ist irgendwie sowas. Und das betrifft mich bestimmt auch, dass irgendwo so... Log4j. Okay, ja, keine Ahnung. Habe ich mich nochmal kurz eingelesen. Naja, also das könnte halt, also wenn du bei einem Dienstleister Daten hinterlegt hast und der hat diese Lücke noch, dann könnte es dich betreffen. Ansonsten wahrscheinlich nicht. Gut. Mach immer schön deine Updates, jaja. Mach ich. Und wenn du einen Expertenrat brauchst, dann muss ich mich entweder nochmal genauer einlesen oder du liest dich einfach selbst ein. Okay, zweiteres werde ich nicht machen, aber ja. Okay. Ich schicke dir jetzt mal das Video, kannst du dir nach dem Podcast angucken, nur diese 10 Sekunden da. Die grüne Neune. Die grüne Neune. Die grüne Neune für gute Selbstheilungskräfte. Einfach gut. Ja, also der Woche gebe ich nicht so viel, sage ich, wie es ist. Ja, aber in den beiden Wochen. In den beiden Wochen auch nicht so viel, also was war denn da? Gut, Ghislaine Maxwell, cool. Pablo Hablo. Also wenn jede Woche eine 3,5 ist, dann ist das jetzt schon wieder eine 7, ne? Hä? Ach so, nee, das ergibt ja keinen Sinn. Das wird ja nicht addiert. Das wird ja, da wird ja der Durchschnitt genommen. Ach so. Na dann eine 3. Okay, geh ich mit. Ach wobei, warum eigentlich nicht mal eine 1 vergeben? Warte. Ja. Okay, dann geben wir eine 1, geben wir eine 1. Ist 1 das Mindeste oder gibt es auch 0? Es gibt auch 0, aber 0 ist nicht. Ich habe Paris Hilton gesehen als Roblox. Das ist geil. Also es gibt zwar die 10, aber es gibt auch die 0. Ja. Oh, okay. Dann ist die Woche eine 1 und äh. Aber das Jahr war keine 1, also dem Jahr würde ich schon irgendwie was hohes geben. Also es war jetzt besser als 20. Ja. Aber es ist immer noch scheiße. Ja. Also man darf auch nicht vergessen, dass wir die erste Hälfte des Jahres noch im Lockdown saßen, ne? Echt, ja? Ja, der ging ganz schön weit rein. Ich habe das halt gar nicht so, also für mich war es einfach geil irgendwie. Ich habe mich da so geil irgendwie reingelebt in dieses meditative, ja, ich brauche nur mein Skateboard und Kopfhörer auf und kann einen guten Nachmittag verbringen. Und das ist ja, ob Lockdown ist oder nicht. Ja, ich war in so wenig Geschäften oder Events dieses Jahr halt echt nur im Supermarkt im Endeffekt und habe da nichts vermisst. Ja, gut, ich kann, ich habe eine Kirmse vorzuweisen, ich habe vorzuweisen eine Disco-Nacht. Äh, ich war sogar an Bars. Ich war sogar auf den umstrittenen Kölner Karneval. Also ein bisschen besser war es schon. Bleibt zu hoffen, dass wir nächstes, beziehungsweise dieses Jahr so verrückte Sachen kriegen wie eine Gamescom und eine Mac. Ja, das wäre gut. Habe ich schon Bock drauf. Und ein Erzekonzert oder zwei? Erzekonzert, alter, Blood with Shoes Konzert habe ich auch zum Geburtstag gekriegt. Bin ich mir nicht sicher, ob das so stattfindet oder ob ich da Muße zu habe. Das ist nämlich Anfang Februar, muss ich mal gucken. Ähm, also es gab trotzdem auch Events, ja. I was? I, äh, Gott. Iwo heißt das, wenn man widerspricht. Okay. Ja. Aber weißt du, wo ich gerne mal auf ein Konzert gehen würde? Nein. Von diesem Nightbreeze, der hier gerade spielt. Oh ja, da gibt es ja jetzt das ganze Album auf Nostra Rafforz zu hören. Das ist ja fast ein Konzert. Das einmal laut aufgepumpt. Ja. Auf der Homeparty mit zehn Leuten maximal. Beste. Mach mal. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute. Wie bitte was? Vielen Dank an Herr Rotes fürs Einspringen hier. Super geil. Danke dafür. Ein ganz erfolgreiches Ja an all die Zuhörens. Tschöö. Tschöö. Untertitelung des ZDF, 2020